Die kalte Jahreszeit hat uns voll im Griff. Die schöne Natur lädt so langen Spaziergängen ein. Wer jetzt die dicke Mütze und den Schal vergessen hat, dem rät Dr. Wilhelm Schüssler zu den Salzen Nummer 5, 6, 3 und 7 zur Stärkung der Abwehrkräfte. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.